Sie sind hier, 25. Oktober 2018, 7.42 Uhr, von Holger Luhmann, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern Rafael Guerreiro und Jadon Sanko sorgten für die Entscheidung, Urheberrecht Imago Dortmund, mit einem unglaublichen 4-0-Sieg schießt der BVB Atletico Madrid aus dem Stadion. Einmal mehr sorgen die Joker von Lucia Favre für die Entscheidung. Die Einzelkritik von Holger Luhmann folgen et Holger. Luhmann Holger Luhmann, Jahrgang 1971 ist Diplom-Journalist. Er arbeitete über 10 Jahre lang für den Sport-Informations-Dienst, bevor e. mehr Untertitelung des ZDF für funk, 2017